Die Wende will wohl nicht, wollen Sie lieber ein Futscherhaufen fahren? Ich muss noch ein bisschen aufpassen, aber die sind ja noch einigermaßen klein, wobei Z ist das glaube ich ganz schön schwer und ganz schön kräftlich, da muss man vielleicht dann doch aufpassen. Der nächste Team wird hier am Tier 1, das Team Great von Holjohu. Der nächste Team wird hier am Tier 1, das Team Camaro. Das Team wird hier auch. Da haben wir den auch, weil der sich gut geht nach vorne. Da geht es nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich habe gesagt, dass der zweite ist besser, als der von Milana war, aber immer wieder gegen die Welt war. Die, 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 die Klaude, die Mischke. Jetzt bin ich auch schon in der Lage. Wie wir mal jetzt den Klaude schauen? Laune hat es ein bisschen geklappt, leider.